Eben vielen oder großen Namen stehen zu dürfen, ist natürlich auch eine Auszeichnung. Und ja, also er ist mal ein Traum gewesen und hoffentlich darf ich weiter träumen. Er sollte wissen, dass ich immer sehr zielstrebig bin, schnell im Gelände reite und immer ein Ziel vor Augen habe. Und das möchte ich dementsprechend auch immer gerne erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also erstmal ein Traum gewesen Und hoffentlich darf ich weiter träumen. Ja, also erstmal ein Traum gewesen.